Mein Name ist Dominik Schulz. Ich habe an der DHBW Moosbach Campus Bad Mergentheim studiert. Zungenbrecher. Als Bereichsleiter Logistik bei Aldi Süd kümmere ich mich um den Wareneingang. Wir betreuen das komplette Personal, das hier in der Logistik bei uns angestellt ist und versuchen die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Wenn ich an den Campus Bad Mergentheim zurückdenke, ist mir das wunderschöne Schloss mit den Parkanlagen in Erinnerung geblieben, wo man wirklich super Voraussetzungen hatte, um zu studieren. Während des Studiums darf man bei Aldi schon übergangsweise, vertretungsweise eine Filiale leiten, da die ganzen Abläufe managen, was eine große Herausforderung ist. Für mich war Wertschätzung während meines ganzen Studiums und dann auch später in der Praxis ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn ich merke, dass ich wertgeschätzt werde, motiviert mich das ungemein, noch bessere Leistungen zu bringen, mich noch mehr anzustrengen und gerade nach dem Studium, als ich dann meinen Berufseinstieg hier gemacht habe im Einkauf, habe ich wirklich von allen Seiten, von Vorgesetzten, von Kollegen sehr viel Wertschätzung und Unterstützung bekommen, was mir dann geholfen hat, mich da optimal zu entfalten in dem Bereich und mich da gut reinzuarbeiten und sehr gute Leistungen zu bringen. Mein Name ist Dominik Schulz. Ich habe BWL International Business Fachrichtung Change Management studiert.